Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Let's Create Armor 3. Wir beginnen heute eine neue Staffel, bedeutet, wir haben die Staffel 3 abgearbeitet, das heißt, unsere Map ist fertig und der Termin steht fest. Unsere Mission findet im Juli statt, den 3.7.2016. Dort gibt es die nächste Mission, beziehungsweise dort wird Operation Jungle Fire gespielt. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung, wie ihr es gewohnt seid. In meinem Forum sind die Anmeldungen, die schon fast toll sind. Aber wenn ihr Bock darauf habt, Reserve ist dann auch noch offen, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mitspielen würdet. Und wichtig ist hier zu sagen, denkt daran Leute, wir haben Community Slots, wir haben normale Slots und NTF Slots, also da bitte aufpassen, wo ihr euch slottet, das vielleicht gleich vorweg. Und zwar beginnen wir heute, wie immer in der ersten Staffel, so ein bisschen daran, beziehungsweise in der ersten Folge, denn ihr seid es die, die das Szenario im Endeffekt entscheiden. Was machen wir? Wir bauen eine FOB, wir bauen heute die FOB Andromeda, so habe ich sie jetzt getauft, einfach mal. Das werden wir gleich mal auf der Karte festhalten. Wir gehen einfach mal drauf, FOB Andromeda, FOB Andromeda. Ja, ich hoffe, das ist so richtig geschrieben. Und ja, es wurde ja gesagt, und machst du Tanoa? Und ich so, nein, mache ich nicht. Und doch, ich mache es doch, ich bin ziemlich gehypt von der Karte. Kann man da eigentlich über die Brücke rüber, denn da müsste man dann mit dem Helikopter rüberfliegen, ne? Also wenn wir hier irgendwas auf der Insel machen wollten, entweder wir können uns entscheiden, ob wir hier vielleicht so eine Sneaky Mission bauen, sowas wie die bei der NTF sind, die werden es vielleicht ein bisschen so eine, wie nenne ich es denn, so eine Black Sea Mission Ähnlichkeit, oder wir bauen irgendwas anderes. Ich fand den Ort sehr passend, weil es von der Ebene her cool ist. Wir können aber nochmal schauen, denn wir haben ja jetzt keine Heile, ob wir das eher auf die Hauptinsel machen. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Und hier sagt die Frage, ihr habt drei Sachen zur Auswahl, die wir spielen können. Entweder ihr entscheidet, ob wir hier jetzt, beziehungsweise nein, das gebe ich ja vor, habe ich gesagt. Und zwar werden wir heute hier die Amerikaner spielen. Ähm, das heißt, ein Feind wird wahrscheinlich irgendwas Russisches oder Takistanisches sein. Das könnt ihr euch entscheiden, was wir haben wollen. Da bin ich gespannt auf eure Vorschläge. Ich nehme gerne Vorschläge an, aber bitte nicht wieder ein Geiselrettungsszenario, denn das haben wir das letzte Mal ja schon ganz gut hingekriegt, beziehungsweise Operation Jungle Fire ist ja so ein Szenario. Und das soll ja quasi was anderes hier werden. Warte mal, es gefällt mir hier aber auch von der Melkung hier. Warte mal, lass mal hier kurz eine Notiz machen. Ich mache einfach kurz hier einen Marken hin, warte. Hier mache ich mal kurz einen Marken hin, dass wir das wiederfinden. Und dann würde ich gerne nochmal so ein bisschen im Zentrum schauen. So ein bisschen hier so. Nee, das ist mir schon wieder zu hügelig, das ist mir alles zu rund. Ich brauche halt auch ein bisschen Platz zu bauen, das ist wichtig, ne. Warum Platz zu bauen ist halt auch beschissen. Und wie ihr es gewöhnt seid, gibt es hier natürlich keine Musik. Da bitte ich euch, blendet es selber für euch ein. Also wenn ihr Musik haben wollt, ihr wisst ja, wo ihr eure Musik findet. Ich muss das mal wegmachen. Ähm, das ist besser, weil wegen Copyright Gründen und so weiter und so fort. Hier könnten wir das nämlich ganz gut machen. Hier könnten wir eine Straßenmig machen. Und ich meine, ein bisschen Fahrtweg passt sowieso immer. Hier haben wir sogar genügend Platz, um Tierrichter und Helikopter anzubinden. Ich würde sagen, die FUB Andromeda kommt hier hin. Ähm, wer die Frage nicht weiß, beziehungsweise ich habe ja schon eine Tanoa-Vorstellung gemacht. Ähm, die Tanoa-Vorstellung, beziehungsweise Tanoa bekommt ihr aktuell nur in der Dev-Branche. Bedeutet, wenn ihr Arma 3 Apex 4 bestellt habt, dann bekommt ihr das Ganze in der Dev-Branche. Ähm, ja, aber dazu, beziehungsweise, wer auch Interesse an der, ähm, Vorstellung hat, beziehungsweise sich das Ganze mal angucken will, wäre wirklich ausgiebig. Ich habe da eine Vorstellung gemacht zu dem Thema Tanoa. Da würde ich mich freuen. Schaltet ruhig mal rein. Macht euch ein Bild, einen Eindruck. Ja, ich würde sagen, wir brauchen hier so einen kleinen Ausgang hin. Wenn das passt, dann hast du es nicht ganz angrenzt an die Straße. Das sieht gut. Und ich sage mal so, bis wir mit den Let's Create fertig sind, ist Apex wahrscheinlich eh schon released. Deswegen kann ich da mit Ruhe arbeiten. Und ich finde die Map wirklich sehr, sehr schön. Ich habe ja damals, als ich gesagt habe, nee, machen wir nicht. Ähm, hatte ich ja noch keine Ahnung, wie wunderschön diese Karte ist. Und, ähm, jetzt könnte man sagen, ist ja voll Mainstream. Äh, ja, ist es tatsächlich. Und es ist mir egal. Wisst ihr, wie schön das daran ist? Ähm, ja, ähm, nein, aber ich finde es ganz gut, dass wir hier vielleicht mal in der Metal so ein bisschen machen. Wir schauen uns da auch ein paar Orte an, wenn wir dann Feint-Bases suchen und sowas machen. Also, wie gesagt, mir ist das mal heute wichtig, in den Kommentaren schreiben, was wollen wir für eine Mission bauen, wer soll der Feintyp sein? Ähm, wie viele, also, beziehungsweise, ja, also, was soll die Mission sein, wer der Feintyp sein? Ähm, ich würde eher damit gerne hart haben, sowas russisch oder tagistanisch ist. Das passt ja auch ganz gut hier rein. Entweder können wir hier so ein bisschen in Mali, also quasi so ein bisschen Dschungelfieber, also, dschungelmäßig Szenario machen, was wir hier haben bei der Karte, ganz klar. Ähm, also deswegen passt eigentlich alles gut rein, egal ob Russe oder ob jetzt, äh, tagistanisch. Oder vielleicht auch was anderes, was ihr sagt, was ich persönlich sehr interessant finde. Ähm, was ich aber nicht machen werde, wird wahrscheinlich sowas gegen Deutsche sein. Das ist natürlich Bullshit. Ähm, das werde ich natürlich nicht machen. Aber solche Szenarien, ja, die denkbar sind, fände ich persönlich sehr, sehr cool. Und sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare fleißig rein. Heute geht es ja erstmal darum, die Base zu bauen, so ein bisschen, so den Grundriss zu bauen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen Kommandozentrale bauen. Wir müssen so ein bisschen was, ähm, packen, beziehungsweise, ja, dass das alles reinpasst. Ich würde auch gerne einen Helikopterlandeplatz machen. Ich würde tatsächlich für die Community-Mission auch irgendwas, also vielleicht so, die Frage ist denn, ob wir mal mit dem Advanced Medical spielen wollen. Das ist auch vielleicht eine Möglichkeit, dass wir mal einen Test, ob die Community daran Interesse hätte, so quasi, dass wir so einen Medivac hinten haben, der nur dann gerufen wird, wenn quasi, ähm, wenn quasi, ja, wenn quasi hier es zu spät ist schon, dass der dann gerufen werden kann. Ähm, mich würde es interessieren, das wäre auch eine Idee. Was sagt ihr zum Advanced Medical? Da sagt ihr, oh ne, das ist mir zu stressig oder so. Kann ich absolut verstehen. Ich muss es abwägen auch so ein bisschen. Ähm, wir haben zwar einen natürlich NTFler dabei, aber wir haben auch, zu einem möchte ich halt auch Community. Wie ihr wisst ja, die, ähm, Let's Create Folgen sind generell dafür da, um dann Community zu fördern, mit der Community zusammenzuspielen. Dafür machen wir die Let's Create Folgen. Und, ja, das würde ich auch gerne beibehalten, ne. Faktisch jetzt fühlen wir, warum ich so viele Kurven mache. Einfach, weil ich es nicht so Mainstream geradeaus machen möchte. Und einfach ein bisschen Platz noch schaffen möchte. Ich muss aber schauen, dass ich um die Bücher rumbaue. Sieht nämlich dann kacke aus. Das letzte Mal haben wir ja nur die Base quasi, ähm, wie sag ich es denn, ähm, ja, hier, Dings da, Wumms da, weißt du. Ähm, hier, vollständig hier. Wie sag ich denn? Ihr wisst schon. Ähm, achso, verbessert. Also quasi ausgebessert. Hier, guck mal, das gefällt mir nicht. Das ist ein hasse ich ein bisschen, aber cool, das geht ja doch. Kann man ja noch so nehmen. Das ist leider ein bisschen blöd an Arma. Ja, ja, da bin ich, da würde ich mir wünsche, ich wäre Mapper, ja. Ähm, so, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass es von der Performance her passt, ne. Ganz wichtig. So, das passt. Und deswegen machen wir auch so kleine Schritte. Ihr wisst, da bin ich immer sehr, äh, bederlich, beziehungsweise sehr vorsichtig. Auch wenn es sich viel bringt, ein bisschen was bringt es vielleicht doch noch. Mal gucken. So, dann brauche ich ein Hedipad erst mal. Hedipad zivil, ne, das ist hässlich. Ähm, Rescue Square, das nehmen wir hier. Das passt doch ganz gut. So, hier hätte ich gern tatsächlich ein bisschen was Klassisches drauf. Hier hätte ich wirklich schon gern einen Ghost Talk Hubschrauber, weil ich ihn eigentlich sehr cool finde. Ich mag den Ghost Talk Schrauber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn ganz cool. Ich kann auch einfach so machen, dass wir so einen Aufklärungshubschrauber haben. Das kann man auch machen mit Dorgana oder so. Wie gesagt, da bleiben mir theoretisch, dass uns keine Grenzen gesetzt. Und da können wir eigentlich loslegen. Tent. Ähm. Da wünsche ich mir manchmal, dass man Arma ein bisschen mehr, also dass man mehr mappen könnte, weil mich regt immer ein bisschen auf, dass wir hier sowas haben. Wisst ihr, seht ihr hier? Ja, noch hier die Dinger. Also Easton ist ja hässlich, ist ja hässlich. Easton ist ja auch hässlich. Tent. Aha. Ist das eigentlich neu? Sieht nämlich sehr cool aus, oder? Das ist auf jeden Fall sehr cool. Was ist denn das? Large und was ist denn das? Was ist denn das hier? Warte mal, das ist hier small. Ist das large? Achso, das ist noch größer. What the fuck? Heftig. Ist das neu? Nee. Das ist bestimmt... Blöd. Ist der? Nichts hätte ich nicht. Also wir sind ja hier in Tanoa, nicht hier im Luxushotel, muss man so auch sagen. Können wir es eigentlich so machen. Brauchen natürlich auch Unterkünfte für die Soldaten. Das ist natürlich realistisch, wenn die hier stationiert sind. Was ich aber nicht machen werde, da bitte verzeiht mir, dass ich hier Betten reinknalle in jedes. Ähm, da achte ich dann einfach doch zu sehr auf die Performance. Wahrscheinlich werde ich liebe Game Insight jetzt schreiben. Alter, ich würde das mal Coca-Cola-Dosen und Sinn machen. Ja, ich aber nicht. Aber kann ich auch verstehen. Man muss überlegen, was man will. Und je nachdem, wie viel spielen. Und ich denke, ich werde die Mission wahrscheinlich so, wie ich das letzte Mal nahe, so CO26. Vielleicht auch schon CO30. Mal gucken, wie das Interesse da ist und wie die auch die Abonnenten steigen. Ja, daran muss ich es ja auch anpassen. Muss ja auch da mit der Zeit gehen, ne? Ist ja, äh, new shit, Meta. So. Und zwar. Das letzte Mal haben wir die Deutschen gespielt. Das heißt, wir spielen heute die Armys. Das heißt, wir spielen heute die United States Armys, Cars. Oder die Kingdoms? Ich weiß es gar nicht. Oder die Marine Corps. Komm, wir spielen jetzt Marine Corps hier. Hier ist nämlich ein bisschen grün. Ja, genau sowas wird unsere Einheiten sein. Falsch. So. Das sieht doch cool aus. Das ist doch schöne Fahrzeuge. Das ist mal ein bisschen geschützt. Nicht so standardmäßige Dinge. Ich will nicht gerade, wo ich das hinklatsche. Kann ich hier hinklatschen, oder? Ja, oder? Wie viel passen da rein? Muss ich mal kurz reingucken. Also es passen 1, 2, 3, 4, 5. Kann auch noch eine 6, 7, 8, glaube ich, rein. Ich glaube, es passen 8 rein oder 7. Ich weiß nicht, ob der hintere Sitz mitbesetzt werden kann. So. Das passt erstmal. Wenn wir dann noch ein Helikopter-Team haben, haben wir hier noch so ein Viertes hin. Sehr coole Sache. Die Dinger haben natürlich einen Vorteil. Und zwar, von hinten kann man nicht so schnell was reinkriegen. Man kann aber auch nicht schnell nach hinten gucken. Man muss das mal drehen. Also über die Schulter gucken ist nicht wirklich. Aber die sind natürlich cooler. In der Hinsicht. Weil sie einfach realistischer wirken. Der muss halt den Busch hier platt machen. Hilft ja alles nicht. Kann ich das nicht kaputt machen? Ne. Stade. So. Da kommt das hin. Dann brauche ich aber noch ein weiteres Zelt. Und zwar so eine Operations-Dauer. Ne, ist ja krass. Wie heißt denn das? Kamo? Irgendwas. Kamo, genau irgendwas. Warte, das gab es doch auch für die NATO. Hier, kann vielleicht nicht. Das, sowas. Soll ich hart für den Helikopter werden. Tun wir die einfach daneben. Ja, das sieht doch gut aus. Oder das kann man so nehmen, oder? Was sagt ihr? Ja, oder? Ja, klar. Da machen wir auch natürlich. Und da werden wir ein bisschen was gestalten. Natürlich. Ja, nicht. Das heißt, ich mache hier nur irgendwie Kacke. Ja, ist ja blöd. Ja, genau. Ich habe doch die Vorsicht. Warum mache ich denn das nicht? Das da? Nee. Das ist sowas ganz gut. Ja, das ist super. Das passt. Ich bin übrigens, wenn ihr dieses Video sieht, schon in Hamburg. Und bitte zum Entschuldigen, wenn ich sehr, sehr verzögert auf die Kommentare antworte. Das liegt einfach daran, weil ich mit der Familie da bin und ich die nur noch alle halbe Jahre sehe. Und da bin ich natürlich... Ja. Warum ich da bin? Ich meine, da habe ich ja sowieso euer Verständnis wahrscheinlich. Ähm, dass es dazu führt, dass ich, ähm, anscheinend erst kacke. Warte, warte, warte. Das ist, dass ich da einfach verzögert antworte. Bitte also nicht wundern. Oh, oh. Kurzzeitig gibt es eine Back-Funktion mittlerweile im Editor. So, dann tun wir das so. Ich kann die nicht ein bisschen fortzwingen. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Dann können wir natürlich nicht für alle Sitzplätze, aber so ein paar Sitzplätze können wir hinmachen, dass es so ein paar Leute wenigstens sitzen können. So die Anführer und, was weiß ich, die Alten, also ich zum Beispiel, könnte mich dort hinstellen. Das wäre so ein Beispiel möglich. Moaha. So. Ich wurde auch übrigens über die Länge der Folgen angesprochen und, ähm, es hieß, ja, es wäre cool, wenn das so 15 Minuten Länge Folgen sind. Ähm, ich versuche es einzahlen, so ungefähr 15 Minuten. Ich versuche es aber wirklich nicht mehr über die 20 Minuten rauszuzögern. Ähm, ja, weil ich kann es verstehen, da lässt die Konzentration vielleicht nach und so absolut nachvollziehbar. Ich werde schauen, wie wir das bessern. Da hat mir wirklich das Gewinnspiel ziemlich geholfen. Zum aktuellen Zeitpunkt jetzt, äh, die Zeit, glaube ich, habe ich noch keine Antwort bekommen aufs Gewinnspiel. Ähm, aber ich denke, der liebe Herr, der gewonnen hat, wird sich schon melden. Würde mich wundern, wenn nicht. Und wenn nicht, gibt es in einer Woche, ja, muss ich mir das einfallen lassen. Wahrscheinlich noch eine Auslosung. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. So. Schauen wir mal ganz kurz rein. Das sieht gut aus hier schon mal. Erster Teil der Basis. Dann hätte ich gerne hier einen Bunker hin tatsächlich. Ähm, Bunker, ja. Scheiße. Ich gehe gerne so hier hin, warte mal. Nee, ist kack. Was machen wir denn hier so? Ich hätte gerne Bock drauf, warte mal. Können wir das doch so machen, oder? Das sieht scheiße aus. Wenn wir den so machen und so grenzen. Sieht ja wiederum gut aus, ne? Kann man so nehmen, oder? Was sagt ihr? Mach mal den noch ein Stück runter. Oh, nee, komm. Armer. Im Ernst jetzt? Really? Fucking really? Fucking fucking really? Im Ernst jetzt? In Amerika wäre wahrscheinlich alles schon rausgekattet worden. Ähm. Ja, nee. Da müssen wir sagen. Rieft ja alles nix. Machen wir das mal so ein bisschen. Warte mal, ich möchte, dass wir jetzt mit dem Bunker haben. Das gibt's doch nicht. Fuck. Der ist aber neu, oder? Der ist doch hier. Der ist doch neu, oder? Hab ich so noch nie gesehen. Da bin ich vielleicht doch blind. Kann das sein? Also ja, möglich, bestimmt. Gibt's die Haarbarriere auch im Blind? Grün. Ja. Fünf Blocks Green. Oh nein, es gibt sie in Green. Nein! Warum denn fucking das? Die gibt's noch nicht immer. Na gut, dann machen wir es einfach anders. Jetzt müssen wir was machen, liebe Freunde. Das kann schief gehen. Muss es aber nicht. Ähm. Ja, ich schau's mal. Muss ich jetzt mal ganz kurz hier rüberhüpfen. Muss ich jetzt mal schnell die Mission suchen. Dokumente. Armor dry. Atmissions. Zack. Sieht gut aus. Da ist Mission. Ich hab mich gar nicht ringgekattet. Bin aber auch in depth. So, Tanur. Da haben wir sie. Äh. Warte mal an mich. Great heißt es doch. Let's great. Wo ist Let's great? Oh, ne? Da. Ach, Staffel. Heißt übrigens Staffel 4. Ich weiß. What now? Mission ist noch falsch benannt. Bitte don't flame me. Attribute. General. Äh. Bin ich jetzt richtig. Oh, ist es so. Aus diesmal. Gespaltet haben wir es was mal. Das heißt, wir werden jetzt, äh. Mission. SQM. Werden wir jetzt das folgendermaßen ziehen. A. Barriere. A. Barri. So. Heißt doch, ne? Okay. Dann brauche ich also diesen Namen. Zu denen. Alle ersetzen. Und theoretisch gesagt, wenn ich die Mission nicht kaputt gemacht habe, müsste jetzt alles passen. Operation. Warte mal. Äh. Great. Gott, bin ich heute verpeilt. Staffel 5. Auch wenn es Staffel 4 ist. Super, Leute. Guck mal. Also, wenn das mal nicht. Also. Ja. Sollen wir mal ganz ehrlich. Wenn das nicht super ist. Das ist nämlich hundertprozentig neu. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und da wär's nämlich mal. Ganz schnell pläht ihr. Das ist nämlich auch so. Natürlich sind die neu. Die sind auf jeden Fall mit dem Ad. Jeden Fall. Gab's früher noch nicht. Das ist bestimmt neue Standard Vanilla. Kacke. Kacke. Supershock, meine ich. So. Passen die da noch rein? Aber das ist ja blöd. Dann können die Feinde auch reinlaufen. So. So. Der ist denn. Oh, fick die Henne. So. Machen wir's so. Oh, ich hab die Idee, Junge. Ich schwöre, Leute. Ich schwöre, ich bin bester Mann. Das passt. Ja, ein bisschen. Also gucke mal. Wenn da jemand flamet, ne. Den flame ich zurück. Aber richtig hardcore. Das sieht gut aus. Das läuft. Oder würde ich sagen. Sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Ähm. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch eine weitere Folge aufnehmen. Die Woche kommt zweimal das Let's Create. Wie gesagt, ich bin in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ich noch was anderes schaffe. Ansonsten kommt das dann Sonntag natürlich noch das andere Video. Wenn ich heute noch mehr Produktivität schaffe. Und mit diesen Worten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören bei euch. Sage mal, Leute. Denkt daran. Ihr seid die Besten. Kein anderer. Und ich würde sagen. Bis bald. Euer Martin. Tschüss. Ich würde sagen. Vielen Dank.